Aufklärung Alter Mann Entschuldigung Entschuldigung Nicht cool, ey, gar nicht cool Entschuldigung So muss jetzt schießen, okay Wie kann man Raketen schießen? Ja, rechts und linke Maustaste war's Ne, bei mir ist andere Maustaste ist ranzoom Das kann es nur einer, wer alleine ist, sowas machen wir diesmal, machen wir mal hier Hä? Was? Grobauftrag erneut Spielenstandort Haben wir den schon gemacht? Hä, hab ich das nicht verstanden Mach mal mal hier, ja hier den Nein Nein Nein, nein Wo ist es jetzt? Ich bin immer bereit für eine Kampf Ich bin der Jurgen Ich denke, ich kann mich selbst Komm zu meinem Gym und wir sehen Ich konnte nicht einsteigen Gut, dann fliegen wir mal zu ihm da Ich hoffe mal das richtige Auto für den Auftrag Ja, bestimmt Und hier die kann man immer gebrauchen Ich bin der Jurgen Ich bin der Jurgen War da nicht irgendwie Hier Bekanntheit und so Ach, hab mich schon gelevelt Hier gibt es aber nichts, wo wir jetzt gerade mal reingehen können, ne? Ja Ja Tja, ich glaube das liegt vielleicht daran, dass wir im Helis sitzen Kann sein, ja Auf uns da diesen Laden und dann ist gut Ja 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 Jeder, der sich jetzt denkt, ey, was machen denn die da jetzt für einen Scheiß Wir versuchen uns auf Fandungslevel loszuwerden, weil beim letzten Mal in der letzten Aufnahme Ist uns nämlich ständig, äh, das Spiel abgestürzt Beziehungsweise, äh, ist einfach im Ladebildschirm stecken geblieben Weil wir Fandungslevel haben Hier gibt es solche Klamotten, ne? Ähm Ähm, ähm, abgestürzt Ja Abgestürzt So Dann ist das bei mir jetzt auch wieder weiter Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin Ähm Ein Domizil, aha Wir haben hier ein Domizil, weiß ich gar nicht Gevin Ja Also hier ist Grad Irgendwie mein Spiel abgestürzt Und ich weiß nicht, was das hier für nur Scheiß Musik ist, deswegen Ja Komm ich hier raus Ich komm ich hier raus Wo ist der Ausgang, hallo Ah hier Ne Ich hab ein Domizil, wo ich nicht rauskomm, ist geil Ist da doch auch nicht der Ausgang? Ja Hm Ist komisch Du bist in dem Casino gesporn, wo wir eigentlich hätten hin müssen, ne? Achja, weil der Auftrag ist weg, ne? Ja, der ist weg Aber warum hab ich die Kinsey Vandalismus, warum hab ich den hier noch? Hast du den nicht gemacht? Was? Geh mal auf Aufträge, hast du den Kinsey Vandalismus, haben wir den schon gemacht oder nicht? Ja Den hab ich noch hier Haben wir den schon gemacht? Nein Warum hat der vorhin gesagt, dass wir den schon gemacht haben? Keine Ahnung Hm Hm Ja gut, dann Start meinen Auftrag nochmal neu, Status tu mal Welchen denn? Den Zweiter Angel Genau So, dann laufen wir jetzt einfach hin, wenn die Katzen durch ist Du kannst auf die Luchidoren, du musst dich bereit sein Ich bin immer bereit für eine Kampf Ich werde das sein Ich denke ich kann mich selbst Komm zu meinem Gym, und wir sehen Neh, er ist gefroren Na so schlimm ist es auch nicht Wer ist denn das? Hehehehe Was? 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 Wie? Hä? Was? Was? Hä? Was war der Polizist? Hast du es auch gesehen? Hast du es auch gesehen? Ja, und ich bin irgendwie gespawnt und sofort in mich reingeknickt oder irgendwie sowas Hehehehe Okay, ich nehme das Auto Ich bin das Spiel ein bisschen komisch, das wissen wir ja mittlerweile Ein Torsch, okay Da hatte ich auch gar Wo müssen wir denn hin? Äh Ja Äh, nehmen wir erstmal den der näher dran ist Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt machen müssen, aber okay Adrenalin Eben war er näher Das verstehe ich jetzt nicht Äh, da lang Ach, in zwei Minuten müssen wir jetzt unser Saft kaputt machen Und wir können unsere eigenen Sachen benutzen, Na toll Ach ne Hehehehe Das ist wieder dieser Das ist wieder dieses Betrugsdingen Wie muss man, wie geht das nochmal, ich weiß es nicht mehr Einfach die Maustaste gedrückt halten und ich vor Autos Ah, okay Also Warte, warte, so, dann komm, komm, Auto, Auto, Auto Nein, ja Ja Jungha Im vierten Teil ist noch viel lustig, ja, da kann man ja mit diesen Superkräften hochspr dagen Was, warum haben wir soviel Geld bekommen? Oh Oh Ja, da haben wir uns... Also im vierten Teil kann man sich so richtig drehen, einfach. Da kann man einfach mal quer durch die Map fliegen. Woho. Da dreht man sich einfach... Aua, ey. Das haut doch nicht das Bisschen. Ähm, aua. Aua, ey, der Bulle fährt mich an. Hilfe, Hilfe. Polizeitarre. Wie du rumfliegst. Komm, Auto, fahr, 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 los, los, los. Wow, jub, 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 jub. Ey, guck mal, das Polizeiauto spielt Flipper mit mir. Äh, haben wir's? Wow. Wow, wow, wow. Was ist hier passiert? Aua, aah. Ohohoho, 14.000. Ah! Okay. Versicherungsbetrug geschafft. Fahrgeld. Am Start. Nein, nicht viel. Und Respekt. Und Respekt. Du, vier Prozent haben wir schon. Warte auf. Du gehst. Äh, wo stehen wir denn? Weiß ich nicht, wo stehen wir denn? Ich guck grad nach unten. Auf jeden Fall haben wir jetzt Betrug. Ähm, hier, da. Versicherungsbetrug. Versicherungsbetrug. Oh, so riesiger Bereich. Hm, okay. Haben wir mehr Sachen? Ah, äh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich hab mich jetzt zur Zeit. Ähm, ich glaub, alles, was ich freigekauft hab, ist weg, weil... Ja, keine Ahnung. Also, hier hab ich jetzt... Ja, das hab ich gekauft, das war ja weg, deswegen hab ich jetzt nochmal gekauft. Jetzt hab ich hier alles gut. Gesundheit hab ich alles. Schaden. Außer Stürzer hab ich da alles, kann ich mir aber gar nicht kaufen. Hier hab ich alles bis auf... Schrotflinte. Und Spezial. Hier ist ein Flindly Fireguns in der Nähe. Den könnten wir mal kaufen. Warte mal, Kampf hab ich noch neu, achso. Nachkaufen musst du in zwei, ich hab kein Geld mehr, gut. Äh, ja, gut, können wir hin. Warte kurz. Da kommt ein Auto. Was ist deins? Ähm, scheiße, ich hab wieder vergessen, Wegpunkt zu setzen. Das war ein Physikfehler, dafür kann ich nix. For sale, 5000, hab ich. Das Problem ist, dass man hier nicht so wirklich bremsen kann, weil wenn man bremsen will, dann fährt man irgendwann rückwärts und halt, nein, nicht die Tür. Die Musik, weil man hier nebendran ist, gell, hä, was ist das? Aus den Gründen hab ich auch die Musik ausgemacht. Die Luchidors kommen nach unseren Mädchen, kannst du dir helfen? Ja, Moment, aber hier ist so ein Dollarzeichen. Siehst du es auch? Wie, wo, was? Ach, da oben. Da oben. Äh? Da. Siehst du es? Was ist denn da? Siehst du, was da blinkt da oben, auf dem Dach. Ja, das sehe ich. Ja, das ist so ein Bonus-Ding, irgendwie. Kann man sich bei Telefonen auch ein... Nee. Scheiß, brauchen wir ein Hedi. Da gibt's jetzt noch irgendwie noch einen Weg hoch. Ich glaube nicht. Hm, schade. Nee, da gibt's keinen Weg hoch. Schade. Naja, können wir da jetzt nicht hoch, weil ich weiß nicht, was das ist und... Ja. Dann fahren wir mal da, gehen wir da... Fahren wir da mal. Warte, warte, warte. Und, und, und. Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Steig aus. Warum? Steig aus. Du hast meine Windschutzscheibe kaputt gemacht. Die zahlst du jetzt. Okay. Fräulein, zahl die. Warte, 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 warte. So. Ich zahl die schon. Warte, hier müssen wir hin. Jetzt gibt's... Spaß, Spaß, Spiele, 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 Spiele. Ach so. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Meine Munition ist ja auch wieder weg. Äh. Ich hab zum Glück alles voll gekauft. Ja, ich hatte alles voll gekauft, nur wegen dem Abschluss ist ja alles weg. Wir bekommen Unterstützung. Wir bekommen Unterstützung. Hallo ihr Leute, wie geht's euch? Ja, langweilig. Äh, wieso ist das exklusiviert? So muss das rumsen. Machst du das gerade? Ja, natürlich, weil wir sonst... Ich hab schon gedacht. Ja, 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 ist klar, ist doch, ist klar. Ist der Typ. Keine Ahnung, da vorne. Ja, ich werd abgeknallt, ohne dass ich was mach. Äh, ist der weg? Das muss kasseln, hier. Ich nehm mir mal die Waffe, warte, so. Jo, so muss das hier aussehen. Eil von sieben. Oh, da kommt noch einer. Achtung. Aua, aua, aua. Heiß, 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 heiß. Der macht hier alle schon alleine flatt, ey. Ach, da hinten kommt so ein Riesending. So weit kann die gar nicht schießen, das Ding. Ist der weg? Nein, was machst du denn? Jo, ist okay jetzt. Den kann man nur töten, wenn der dieses Ausrufezeichen dran hat. Okay. Nee. Nee, nicht wirklich. Man kann ja auch verbrennen. Ah, dann nehm ich mir mal hier SMG. Ja, ja. So, fertig. 9 von 26 haben wir erst. Oh, wohnen uns. Was? 9 von 26? Ja, die sind Sachen. Hier haben wir erst 9 von 26. So, ja, die Dinge schon vorbei, die Challenge. Warte mal, wir kaufen uns dieses, diese schöne Gebäude. Ich hab' Geld. 4.000. Ich hab' nur 3.100. Soll ich's nicht kaufen? Kannst du machen, aber ich hab' das Geld nicht. Ich weiß ja nicht, wie das ist, also... Im vierten Teil muss man's nicht kaufen. Ich muss es mir auch kaufen. Im vierten Teil ist es ja nichts, oder macht's einer und es ist für beide dann. So, dann komm mal ran jetzt. Du musst doch ne Glasscheibe bezahlen. Okay. Ich hab' muss auch dir das Dach bezahlen und... Ja, so einiges. Äh, nein, das muss ich nicht. Auftrag, machen wir mal einen Auftrag weiter. Hier wollen wir mal den von Kinsey machen hier, weil da sagt er mir, Koop-Auftrag erneut spielen. Machen wir einfach nochmal. Hm. Ich hab' nicht, was das für Speere sind, die da an der Seite rausgucken. Wir gehen ja Reifen kaputt. Ah. Und Leute auch. Warte mal kurz. Ich hab' nicht die Reifen kaputt. Fahr' mal da lang, so viel kürzer. Einfach hier mal so quer. Was? Oh. Äh, ich kann ins Haus gucken. Du solltest nur riechende Fahrzeuge. Ja, du bist ja auch immer so ein Wall-Glitscher. Halt die Schnauzebulle. Nein, kannst du nicht lang. Schade. Es gibt schon Straßen. Das ist schon wichtig. Was macht's so? Alter Mann. Ja, ich hab' dir grad so ne... ...dome Kameraeinstellung. Ich hab' noch ne schlechte Kameraeinstellung. Immer von der Seite. Was ist das? Was war das? Von mir ist es einfach mal um die... ...um die Laternen rum... ...wunden, aber dann bist du doch irgendwie weitergefangen. Ähm... ...ich hab' dir nicht geblieben. Was ist denn? Du bist grad... ...schon wieder... ...du bist man schon wieder durch... ...durch ne Laternen durch... ...durch... ...irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ich glaub' ich auch. Alter, können die mir jetzt mal bei Ruhe lassen. Alter. Dieses Auto, ne? Es ist zwar schön und geil, aber... ...und ja, gut. War das klar? Ja, da, 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 da. Ich hoffe, wir hatten keine Fundung. Hatten wir keine. Gut. Oh, das war das. Oh, das war das. Ähm... ...und ja, hallo. Granaten-Vandalismus. Ah, ich erinnere mich. Dann hatten wir den wirklich schon. Ja, den hatten wir schon. Doch, den hatten wir schon. Ah, ich glaub' der ist bei dir gespeichert, aber bei mir nicht. Weil du ja so zu einer Host warst. Ja, aber... ...dann wär' er doch... ...ich mein' den Schatten ja auch noch nicht. Also steht da. Also Schatten schon, aber... ...egal, mach mal nochmal. Ich mein', der geht ja schnell. Krieg mal Geld. Ich lauf' jetzt einfach mal ein Dübchen. Ja. 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 ch